So, und ab dafür! Wir springen direkt in Level 3.8. Der Grollgraben. So, und das ist er. Oh! Ach, das ist übrigens, wenn ich das jetzt richtig sehe, der Level aus der Demo. Ich hätte mir damals mal die, yes, DPC-Deo runtergeladen. Und ich meine, das ist dieser Level hier. Ja, aber gut, nach dem Fiasko beim letzten, mit dem einen einzigen Stern nur, müssen wir dringend mehr holen. Denn sonst könnte es sein, dass ich für den letzten Level nicht genug zusammen habe und dann nochmal irgendwo nachlegen muss. Oh! Ne, ich glaube, das ist er doch nicht. So. Der Anfang kam mir da so bekannt vor. Aber das hier jetzt nicht so. Oh! Oh! Oh, Scheiße! Ja, Scheiße! Ja, Scheiße! Wir sollten uns wohl beeilen! Wir sind fertig. Wir sind nicht zuハハ-Bone. Und wir sind in Richtung Shoulder. Wir werden alle nochen Kacke auf die Dramatik-Deo-Bone zu spielen! Und das wird alles gut10 Fröger durchgehoben. Also, wir sind keine Dramatik-Deo-Bone zu spielen! Wir sind aber auch dabei, dass das uns das Spiel einstellt und investieren. Wofür müssen wir diese wellbeing aus assistantern die Dramatik-Deo-Bone eines anderen? Und da, was wir wollen? Ja, ich bin jetzt erst mal die Dramatik-Deo und der Dramatik-Deo-Boneにな! Und das ist unser deinematik-Deo-Bone zu gesund-Deo-Bone! Oh, kommt zurück! Ist klar! Scheiße! Wie komme ich denn da? Fucking Hase! Das gibt's nicht! Jetzt bin ich schon wieder hier unten! Ey, das ist doch nicht wahr! Echt nicht zu fassen! Also wenn das noch nicht schwer genug wäre, wären jetzt auch noch diese Checkpoints immer weniger! Jetzt nicht wieder diesen beschissenen Hasen hier abkratzen! Oh, endlich! Ein Checkpoint! Wahnsinn! Tod! Oder? Ja! Aber es ist so egal! Es ist so egal! Oh Mann, ich hoffe, die ganzen Tode versauen mir jetzt nicht die Tour! Oh! 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 Alter! War das knapp! Oh! Hier kann ich auch hoch! Und hier kann ich... Wo bin ich denn nu? Hä? Ich komme hier nicht weg! Sicher, dass das so richtig ist? Sehr interessant! Und jetzt? Ich bin gefangen! Äh... Im Level! Kommen wir nicht raus! Kommen wir nicht raus! Doch, jetzt! Aber erzähl! Was ich da... Was ich da... Was ich da... Oh Gott! Bin ich jetzt hier irgendwie wild durch den Level durch? Was ich denn jetzt alles nicht einsammeln konnte? Na, das wird ja heiter! Das... Oh! Das kann ja wieder nicht mehr als ein Stern werden! Unglaublich! Unglaublich! Ich habe jetzt ja gerade mal so... In einem Spielemagazin einen Test gesehen. Da steht drin, es ist herausfordert. Also, das halte ich nun für die Untertreibung des Jahres. Aber ganz deutlich! Oh! 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 ... Oh! Oh! Oh looking! Und vor euch zum Flugzeug würde ich sagen. Nein, 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 nicht, nicht! Fisse! Unglaublich. Ganz kann ich oft genug sagen. Ach, geht gar nicht. Hier komme ich nicht höher. Oh, das ist ja ärgerlich. Genau wie das. Oh, Vorsicht. Das ist ja äußerst ärgerlich, gerade weil ich ja die Sterne brauche. Na, muss ich weiter zwirbeln. Ach, da ist ja schon der Nächste. Ei, ei, ei. Vielleicht kriege ich ja irgendwie zwei oder so. Mit Glück. Oh, das war schon wieder knapp. Ei, mitnehmen. Nein, nein, kein Herzscheiß wieder. Oh. Die sollten nur noch eins. Oh, 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 oh. Nein. Wir sind scheiß Hase. Und Teleporter. Nein. Oh. Meine Herren. Was geht hier nur ab? Da unten gibt's wohl nichts. Die sind sehr schnell. Oh. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh Ah shit, ich wollte eigentlich genau an der Stelle hochspringen. Genau so. Ganz sachte, neun, Quirbel, ja. Oh, reicht schon für ihn. So, oh, was ist denn ein feines Einfragezeichen? Ja, das habe ich auch gelegentlich. Oh, muss ich jetzt wieder da runter? Nein. Oh, so ein Scheiß. Dieser Hase, der... Das gibt's nicht, ne? Dieser dämliche Hase jedes Mal. Oder Frosch in dem Fall. Unglaublich. Mistvieh. So was aber dann... Geht's da noch? Ach, da gibt's vielleicht noch was. Oder auch nur hier. Hier sehe ich auch noch was. Und dann gucke ich da hinten nochmal jeweils an Checkpoint. Oh, hier ist ein... Joa. Mist. Hat noch nicht gereicht. Will man noch nicht. Wie krieg ich denn den weiterhin? Hä? Ne. Ne. Ah... So. So. So, wie geht denn das jetzt? So zum Beispiel. Scheiße! Ah, das ist auch schon wieder so eine üble, üble Stelle. Aha, da kommt manchmal einer. Du können ja, ja, ach, was ist das denn? Wie soll ich denn da durchkommen? Hallo? Bleib jetzt los da drauf, na, endlich! Oh Gott! Ganz, ganz vorsichtig, eh. Bloß kein Fehler. Es kommt auch kein Checkpoint. Es kommt kein Checkpoint. Jetzt kann ich da oben sein, na? Juhu! Checkpoint! Äh, ne, muss ich da rüber erst mal. So, und jetzt da rüber. Und jetzt da rüber. Und tot. Wieso, wo ist denn der Sound geblieben? Irgendwas fehlt. So, nach den Doppelten machen wir es. Wenn ich Diamanten einsammle, kommt kein Sound mehr. Wird schon aufgegeben. Da rüber. Ja, der Sound ist schon zu Hause. Und tot. Nee, noch nicht. Nein! Lauf weiter. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, hier ist wieder einer. Und schon ist er wieder weg. Oh, wie ich tot bin. Da der. Kommt denn da alles runter? Ja, was war denn da hinten noch? Oh. Da wurde auch noch was. Ach shit. Oh, wieder nicht. Oh. Da. Oh, wie ist es. Oh Gott, oh Gott. Nein, da ist nichts mehr So, was passiert da? Oh, da kommt die Plattform Nein, jetzt höre ich nicht mehr, wenn der switcht, was ist denn jetzt los? Das ist doof Gerade noch Oh, scheiße Oh, und wieder hier Ja, natürlich wieder exakt auf diese... also... So, geschafft! Ach, naja, gar nicht mal... aber immerhin doch zwei Sterne... 66 mal gestorben... ein Bildchen nur... aber ganz gut Diamanten gefunden... Naja... Wieder eins geschafft! Und dann, ja, bis zum nächsten, ne? Tschüss! Und dann, ja, bis zum nächsten Mal... 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 Ja, bis zum nächsten Mal...